Das ist myfish.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 297. Hey zusammen, mein Name ist wieder Lukas Müller und danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erzähle ich euch einige Informationen über Saugwürmer bei Garnelen. Saugwürmer bei Garnelen? Klingt jetzt irgendwie ziemlich eklig, oder? Saugwürmer kommt aber immer häufiger vor, denn die sogenannten Saugwürmer sind inzwischen schon ziemlich weit in der Aquaristik verbreitet. Diese sitzen häufig auf Neocaridina-Garnelen, wie zum Beispiel jetzt der Yellowfire, Orangefire, Redfire, Sakura zum Beispiel. Dort können sie sehr, sehr gut sichtbar sitzen. Sie werden aber auch Kiemenwürmer genannt, aber sie haben nichts wirklich mit den gefährlichen Kiemenwürmern bei Fischen zu tun. Sie heißen auch so, weil sie teilweise in den Kiemenkammern der Garnele sitzen. Saugwürmer klingt auch erstmal so, dass die Würmer die Garnele aussaugen würden, oder? Das ist aber gar nicht so. Der Name Saugwurm kommt davon, dass die Würmer wie einen Saugnapf am Panzer der Garnele kleben. Aber wie erkenne ich denn jetzt überhaupt so einen Saugwurm? Diese sind meistens zwei Millimeter lange, durchsichtige, weiße Würmer, der mit einem Saugnapf am unteren Körperende auf seinem Wirt, also in dem Fall einer Garnele, sitzt. Meist sitzen sie aber auch vorne auf dem Rostrum oder sind als komplett ein Bart sichtbar bei dieser Garnele. Was fressen denn jetzt die Saugwürmer? Fressen die jetzt meine Garnele auf? Diese Saugwurmarten leben von feinen Schwebeteilchen, die von den Garnelen beim Fressen aufgewirbelt werden. In Atemwasserstrom der Kiemen befinden sich viele dieser feinen Detritus-Schwebestoffe. Und die Saugwürmer finden daher in dem Wasser, das die Garnelen an ihren Kiemen vorbeisprudelt, sehr viel Nahrung. Auch der Platz auf dem Rostrum ist ein Platz am kalten Buffet für die Würmer. Hier gelangen sie ganz besonders gut an das Fressen aufgewirbeltes Futterteilchen. Auch der Platz auf dem Rostrum ist ein Platz am kalten Buffet für diese Würmer. Hier gelangen sie ganz besonders gut an die vom Fressen aufgewirbelten Futterteilchen. Mikroorganismen, die auf dem Panzer der Garnele wachsen, sie halten ihn dadurch sogar sauber. Es gibt keine wirklichen Hinweise darauf, dass sich Garnelen durch Saugwürmer gestört führen. Also ich konnte sowas einfach noch gar nicht feststellen. Sie zeigen überhaupt keine Verhaltungsunterschiede im Vergleich zu Zweckgarnelen ohne Saugwürmenbefall. Leider gibt es aber auch Untersuchungen, die zeigen, dass manche Arten von Saugwürmer parasitisch leben und Blut saugen. Bisher scheinen diese jedoch sehr wenige zu sein. Und in der Regel kann man den Befall mit Saugwürmern bei Garnelen immer kaum als R, ja wirklich harmlos einstufen. Selbst die parasitisch lebenden Saugwürmer bedrohen das Leben der Garnele nicht unmittelbar. Wenn die Garnele stark befallen ist, kann sie, ja trotzdem dadurch geschwächt werden. Was man wissen muss, Saugwürmer vermehren sich tatsächlich als Schwächeparasiten im Allgemeinen, nur dann stark, wenn das Abwehrsystem der Garnele durch Stress, Transport oder auch Krankheit geschwächt ist. Man weiß also nicht genau, was Ursache und Folge ist. Ungünstige Haltungsbedingungen, einseitige Fütterung und Stress zusammen mit einem Saugwurmbefall können zu einem erhöhten Sterberat führen. Auch kann es vorkommen, dass stark befallene Tiere sich weniger gut vermehren. Saugwürmer holt man sich fast immer als Beifahrer von Garnelen ins Aquarium. Bei vielen Garnelen ist der Befall nur minimal, sodass man die Würmer fast nicht entdecken kann. Wirklich gut sieht man nur die ausgewachsenen weißen Würmer, wenn sie auf mehreren auf dem Rostrum sitzen. In der Kiemkammer von durchsichtigen Varianten, wie zum Beispiel der Yellow Fire, White Pearl könnte man es noch gut sehen, aber auch der Blue Jelly oder andere nicht so gut entdeckt gefärbte Neocarotina, ist es relativ einfach diese zu entdecken. Hat man jedoch gut gefärbte Varianten, ist es eher schwierig und man hat fast keine Chance sie zu sehen. Selten können übrigens Saugwürmer auch in Deko oder Pflanzen mit eingeschleppt werden. Wenn sie gerade auf der Suche nach einem neuen Wirt, nicht durchs Aquarium kriechen, also wenn sie da durchkriechen, aber das ist ziemlich selten der Fall, muss man sagen. Aber musst du jetzt eigentlich diese Saugwürmer bekämpfen? Man kann leider ohne Mikroskop nicht wirklich sagen, ob man die parasitischen Würmer vor sich hat oder eben nicht. Zur Sicherheit entscheiden sich viele Garnelenhalter dafür, die Saugwürmer bei ihren Neocarotina-Arten einfach zu bekämpfen. Ich würde das Ganze einfach auch empfehlen, denn es ist ein Schwächeparasit und belastet die Tiere schon ein wenig, falls noch weitere Schwäche wie falsche Haltung dazukommen würden. Es gibt ja natürlich verschiedene Wurmmittel wie Panacur, Flobinol, kennt man auch einfach von der Planarienbekämpfung. Allerdings ist das auch schon wieder eine Chemie und einfach auch nicht wirklich, sage ich mal so richtig zu empfehlen. Und ja, man muss dieses halt wiederholen und man hat natürlich auch Nachteile, wenn man weitere Tiere wie Schnecken mit im Aquarium hat, die diese Kur nicht überleben. Ich empfehle da ganz einfach, Saugwürmer durch eine Salzbehandlung zu bekämpfen. Klingt jetzt erstmal ziemlich komisch, aber klappt wunderbar. Man nimmt einfach normales Kochsalz, also Natriumchlorid. Das bewirkt tatsächlich, dass der Saugwürmer seinen Wirt loslässt und das fällt dann betäubt zu Boden. Wichtig ist, dass man reines Kochsalz nimmt. Das bedeutet, es darf kein Jod oder irgendwas anderes dabei sein. Ich empfehle da einfach Spielmaschinen-Salz zu nehmen. Das ist wirklich das reinste Salz, was man im Lebensmittelhandel bekommen kann und kostet auch relativ wenig. Man kann diese Salzbehandlung gegen die Saugwürmer tatsächlich im laufenden Aquarium durchführen oder wenn man einzelne Garnelen hat, gezielt ein Salzbad machen. Ich empfehle erstmal das letztere, ein Salzbad, weil wenn man noch Fische im Aquarium hat, die das Kochsalz nicht so gut vertragen, wie zum Beispiel jetzt Wälse oder auch Pflanzen, ist es natürlich nicht zu empfehlen. Möchte man jetzt trotzdem im Aquarium eine Salzbehandlung gegen Saugwürmer mit reihem Kochsalz, also Natriumchlorid, durchführen, kann man das natürlich sehr gut tun. Was einfach wichtig ist, dass man wirklich kein Jodsalz nutzt mit Fluor oder Fluorsäure, kein Meersalz und auch kein Kochsalz, ist relativ wichtig. Als Durchschnitt oder beziehungsweise als, ja, wie nennt man es, in der Regel nimmt man einfach 3 bis 5 oder 6 Gramm Kochsalz pro Liter und das dosiert man in seinem Aquarium. Die Salzmenge wird natürlich nicht pur ins Aquarium gegeben. Das löst man natürlich vorher auf und da empfiehlt es sich auch nur 3 Gramm bei hartem Wasser zu nehmen und 5 Gramm, wenn man weicheres Wasser hat. Empfehlenswert ist tatsächlich noch einen Sprudelstein mit reinzubringen ins Aquarium, wenn man gerade eine, ja, eine Behandlung macht, um einfach Sauerstoff während der Behandlung mit reinzubringen. Das Salz kann natürlich so lange im Aquarium bleiben, bis keine Saugwürmer zu sehen sind und beim Wasserwechsel wird dementsprechend nachdosiert oder halt immer wieder nur mit Süßwasser nachgefüllt, so dass wir das Salz am Ende auch wieder aus dem Wasser haben. Ganz wichtig, zeigen die Bewohner im Aquarium ungewöhnliches Verhalten? Na, dann sollte man die Salzbehandlung sofort abbrechen und einen großen Wasserwechsel machen und natürlich auch kein neues Salz hinzufügen. Ich empfehle tatsächlich das kleine Salzbad, weil wenn man das entdeckt und ein aufmerksamer Aquarianer ist, kann man ein super Salzbad extra für die Tiere machen. Dafür nehme ich immer so einen Literbehälter, wo ich diese Tiere reinsetze. Wenn zum Beispiel jetzt nicht viele Garnelen da sind und wenn man auch Fische im Aquarium hat und auch Pflanzen, die können nicht so gut das Salz vertragen. Also ungefähr nimmt man einfach einen extra Behälter, ein Liter Wasser aus dem Aquarium, wo die Garnelen drin leben, dann rührt man das Wasser einfach um mit zwei Teelöffel oder drei Teelöffel reines Kochsalz, also Spülmaschinensalz in meinem Fall und wartet, bis sich das Natriumchlorid vollständig aufgelöst hat. In dieses Salzbad setzt man dann alle saugwürmerbefallenen Garnelen ein. Dafür muss man ein bisschen im Aquarium gucken und auch suchen und die Tiere natürlich gut einfangen und lässt die ungefähr 10 bis 20 Minuten im Salzwasser. Meistens kann man sie direkt schon sehen, dass sie die Würmer theoretisch fast direkt abfallen, wenn sie sie ins Salzwasser rübersetzt. Das ist auch am Ende der Sinn der Sache. Aber ganz wichtig, behalte deine Garnelen die ganze Zeit unter Beobachtung. Zeigen sie irgendwie Probleme mit Tauben umfallen oder möchten sie ganz fluchtartig da aus diesem Gefäß, breche die Handlung sofort ab und setze die Tiere zurück ins Aquarium. In dem Salzbad lassen die Saugwürmer los und bleiben auf dem Boden des Gefäßes liegen. In hellen Gefäßen sehen die abgefallenen Würmer eher weniger gut, auf dunklen eher schon gut. Also man kann das Ganze auch richtig gut beobachten. Das Salzbad sollte insgesamt nach einer Woche nochmal mehrmals durchgeführt werden, damit zum Beispiel auch die jungen Saugwürmer, die in der Zwischenzeit aus den Eiern geschlüpft sind, ebenfalls vernichtet werden. Saugwürmer sind ein Schwächeparasit. Bei einem Befall sollte daher die Behandlung immer unterstützt werden, damit die Würmer nicht wiederkommen. Das bedeutet, man sollte Stress vermeiden, Stress reduzieren und natürlich auch den Tieren mal etwas Ruhe geben. Bedeutet, nicht immer wieder ins Aquarium fassen, mal wieder eine Pflanzerei, mal Pflanzer raus, mal die Wurzel wieder anders hinstellen, einfach mal das Aquarium, das Aquarium sein lassen. Eine hohe Bakterienanzahl im Wasser kann Zweckern ebenfalls stark stressen und Immunsystem natürlich belasten. Deswegen empfehle ich auch immer regelmäßige Wasserwechsel mit angepasstem Wasser. Absaugung des Bodengrunds ist manchmal auch sinnvoll, wenn man zu viel gefüttert hat. Eine gute Fütterung mit hochwertigem Garninenfutter kann ich empfehlen. Und auch Huminsperfe, die zum Beispiel in Seemannelbaumblättern drin sind, spielen hier eine ganz wichtige Rolle. Ebenso sollte immer ein Sauerstoff- oder auch ein Oxidator mit im Aquarium sein. Das Ganze kann auch Stress reduzieren. Nun hoffe ich natürlich, dass du niemals von Saugfirmern befallen bist. Schreib doch auch gerne mal deine Erfahrung mit in die Kommentare. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Danke fürs Zuhören. Alle weiteren Informationen zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fish-episode297. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Danke und schieß, euer Lukas. Danke fürs Zuhören. 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 Untertitelung. BR 2018